Robert sitzt immer noch wie früher da Tommy schafft jetzt bei Obi Julia hört gern Enflame und Susi hat jetzt drei Kinder Klasse Treffen Klasse Treffen Die Patze vom Familienbüro Wie groß darf der Abstand sein? Leistung soll sich wieder lohnen Mimimidi da oben, Mimimidi da oben, Mimimidi da unten Sinn und Zweck und viel Freiheit Klasse Treffen Klasse Treffen Die Patze vom Familienbüro Robert sitzt immer noch wie früher da Tommy schafft jetzt bei Lidl Julia hört gern Twisted We're not gonna take it Und Susi hat jetzt vier Kinder Klasse Treffen Klasse Treffen Die Patze vom Familienbüro Die Patze vom Familienbüro Gäste vom Familienbüro Begrüßt Die Patze vom Familienbüro Vierer Die Patze vom Familienbüro In der Krankenhäze 08 – 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020